Dieses zu veräußernde gut gepflegte 5-Zimmer-Ein-Familienhaus steht in Köln-Potz. Das im Jahr 1981 erbaute Objekt wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Keller. Das Gebäude verfügt über eine Ölzentralheizung. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 474 Quadratmetern beißt das Haus eine Bodenfläche von ca. 200 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 465.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.